Das Vieh sollte jetzt nicht zu der Frau laufen, ah gut, greifst den an, der in Verteidigungsstellung ist. Das ist eine sehr gute Idee, also für uns. Ovic pennt immer noch. Trantin, gehen wir da hin und fliehen ein. Gehst du ein bisschen zur Seite, dann gehst du da hin und dann knüppelt ihr alle wieder auf das Vieh ein. So wie sich das für Elite-Soldaten gehört. Bon, kurzrückige Reporterinnen. Zack. So, wie belastet noch? 25. Ich denke, Ovic wird nicht mehr zeitig auftauchen, um da noch einen Schlag zu setzen. Naja, das Vieh ist die Sohne tot. Du stellst dich dahinter. Bajo ne tiersten. Du stellst dich dahin. Und kaputt. Jo. So, Frage. Hätte ich den Kampf überhaupt machen müssen? Und bewachen die irgendwas? Oder war das Ganze nur for the lols? Und Schmerzmittel sind echt doof, die bringen fast gar nichts. Was hast du noch so? Pflaster. Hier, nimm Pflaster. Und Bandagen. Und du machst dich an die Rothaarie ran. Hier. Pflaster. Hier. Pflaster. So. Jetzt gib mir bitte Loot hier unten irgendwo. Eingang. Altes Gebäude. Wahrscheinlich lebt hier niemand. Und öffnen. Oh, Kiste. Kiste, 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 Kiste. Noch ein Flammenwerfer und die Matrix-Disk. Und ein Schlüssel. Und Betäubungsweise. Das ist eine sehr schöne Kiste. Ganz, ganz brave Kiste. Alles mitnehmen. Können wir hier noch irgendwo hoch? Ja, können wir. Können wir doch irgendwo hin? Nö. Okay, das war's also wohl schon. Aber das war super. Okay, also Flammenwerfer für den Chef. Dann halt eher ein Flammenwerfer, eher ein Flammenwerfer, eher ein Eiswerfer. Und sie hat eine Rohrstange. Und wir haben Betäubungspfeile. Gib mal einen davon an Ovidsch weiter, damit Ovidsch zwei hat. Alles, was jetzt noch fehlt, ist mehr Gewehrmunition und ein bisschen Heilkram. Weil das nimmt ja doch rapide ab. Ja. So, nee, du läufst nicht vor. Chef läuft vor. Ja, noch eine. Noch eine Kiste. Öffne Kiste. Tränen, Gasgranate, Energiestrahl, Ultraheiler und Gewehrmunition. Okay. Also ich werde auf keinen Fall neu anfangen müssen. Was macht ein Energiestrahl? Ist das so eine Orbitalwaffe aller Command & Conquer? Alle Feinde in Reichweite werden von kräftezehrenden Strahlen getroffen. 200 Schaden, 100% auf alles. Gut. Das hätten wir auch mal geerledigt. So, und verströmt lebendes Gas, das den Gegner vorübergehend einnebelt. Betäubt vorübergehend alle Feinde in Reichweite. Wo ist der Unterschied? Zählt das eine als Einfrieren, das andere als Betäubt? Oder ist die Reichweite vielleicht größer? Müssen wir im Kampf gleich mal gucken. Erstmal verteilen wir die. Hat noch jeder Granaten? Nee. Du brauchst eine, du brauchst eine. Und diese komischen neuen Granaten verteile ich auch mal auf die Jungs. Sie bekommen keine, nur für den Fall, dass sie gleich abhaut. So. Also war hier doch noch gut was, was man abgreifen konnte. Wäre ich nämlich jetzt gleich dahin gegangen, wo die uns hinschicken wollten, dann wäre vorbei gewesen. Au. Wobei ich denke, der Schlüssel wird nicht für die Tür hier hinten sein, sondern der Schlüssel wird sein für die Tür zu dem Hotel. Dadurch stellt das Spiel sicher, dass man auf jeden Fall die Matrix-Tist hat, bevor man ins Hotel geht. Wenn man von da aus vielleicht nicht wieder zurückkommt. Mal gucken. Oder ich rede einfach Stoß. Okay, zurück. Leiter. Hier ist nix. Außer das Ding, das wir immer auf dem Ladebildschirm sehen. Leiter hoch. Hochste. Tschin, tschin. Die Dinger müssen sich vermehren wie die Kanickel. Feuer frei! Das ist Musik in meinen Horden. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Eisstrahler, einen Eisstrahler und zweimal Lucy. Lucy waren die Viecher, die bei den Wächtern dabei waren. Ähm, die konnten geradeaus Laser schießen? Ich glaube schon. Aber jetzt wollen wir den Flammenwerf erstmal ein. Sehr gut. Gehst wieder zurück. Guckst nach da. Du... Eigentlich müssten wir den jetzt tot bekommen, diese Runde schon. Sonst friert der nächste Runde ein von uns ein, denn das ist doof. Aber das werden wir nicht... Doch, nimm mal den Flammenwerfer. Robert hat richtig viel Skill mit dem Flammenwerfer. Und macht dementsprechend auch viel mehr Schaden. Okay, 27. Hat 39. 15 werden abgezogen für Feuer. Wir werden trotzdem vereist. Du... Könntest das Feuer jetzt löschen, aber das wäre doof. Du kannst mal die Tränengasgranate benutzen. Mal testen, besser gesagt. Und weit kommst du? Nicht so weit. Okay. Wirf einfach mal da hin und guck, was passiert. Was? Vergiftet. Was? Wo ist das? Inventar... Achso, kann ich von hier aus nicht angucken. Oder? Ne, kann ich nicht angucken. Ich glaube, da war ein Übersetzungsfehler drin. Aber hoffen wir einfach mal, dass das Tränengas 15 Schaden pro Runde macht. Und das Feuer dann auch nochmal 15 und das Vieh gleich tot umkippt. Und... 15. Was? Ja, anscheinend hat es nochmal 15 extra bekommen, auch wenn man es jetzt nicht gesehen hat. Sehr schön. So, das gleiche müssen wir mit dem Vieh jetzt auch machen, theoretisch. Aber vorher will ich mir die Beschreibung nochmal durchlesen. Verströmt lähmendes Gas, das den Gegner vorübergehend einnebelt. Ähm... Ja, so sollte es eigentlich auch sein. So wird das auch auf Demos benutzt. Und das ist nicht tödlich. Es kann sehr unangenehm sein, aber es ist nicht tödlich. Es ist sehr komisch. Also ja, es ist einfach nur eine Giftgasgranate. Keine Tränengasgranate. Eine Senfgasgranate, das würde dann schon Sinn machen mit dem Schaden und so, aber naja. Egal. Wir haben jetzt kein Feuer mehr übrig. Das heißt, wir müssen einfach nur einen Schritt nach hinten gehen. Zwei Schritte nach hinten gehen. Und dann passt das alles soweit. Richtig? Richtig, er kommt nicht ran, er kann uns nicht einfrieren. Alles gut. Die da müssten soweit auch okay sein. Gut, dann du... Putzi. Sieben Schaden. Ernsthaft? Ovid... Er trifft nicht mehr ordentlich, oder? Naja, vier Schaden. Das ist das Problem mit der Reichweite. Tchuuu. Sieben Schaden. Die komm, nächste Runde gehst du nah ran, dann bringen wir dich um. Die Rothaarige hält sich einfach nur bereit. so schön von der seite was macht flammenwerfer ist noch nicht bereit ne ok seite axt 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 und ist nur 14 schaden komm schau seite eisstrahler geht nicht mit glück sehr schön 25 hat noch 23 du frontal mit pistole ins knüchelige sicht 9 14 schaden muss du noch machen das kriegst du hin oder gewehr kommt mit glück so die lucy's können sich jetzt voll austoben weil in reichweite sind eine zumindest 27 und ich hätte schwören können nämlich laserwerfer gehabt und nicht so ein komisches projektil ding ok das weiß ich schon du geh dahin sind die lucian die danach wieder weg und gucken deren richtung wo wird schätzt sich in die richtung damit der nächste ohne die da anzünden kann und du gehst dahin und schießt auf sie achso und du gehst dahin und verteidigst ihn mal was machst du verzeiht sich auch mal schießt auf frantin für viel zu viel schaden aber wir haben ja gerade neues heilzeug bekommen ist alles ok so du gehst dahin und zündest sie an so mit glück 34 schaden das ist ordentlich die da hat noch 56 kannst du von hier aus schräg auf die schießen mit glück 19 ok dann geh mal dahin guck nach da du kannst von hier aus schräg auf sie schießen oder du könntest eine von denen ein eisen aber dann ist das feuer wieder weg schrieg mal schieß mal schräg und sie stellt sich mit dich hin und verteidigt sich in der hoffnung dass irgendeiner von denen auf sie schießt zu bänden so wer kriegt was ab der franzose und der bolo wahrscheinlich das war die reporter eigentlich die reporterin sie war auch hier aus polen so eine außeransässige glaub schon du stell dich mal so hin schießt auf sie und gehst wieder weg du stellst dich da hin schießt in die seite weg du gehst in nahe kampf und haust da drauf hm 11 11 ist doof 11 ist echt doof deswegen schießt du nochmal drauf so noch ein Sieg bevor wir jetzt aber weiterhetzen erstmal wieder heilen und es ist echt doof dass wir die andere frau verloren haben weil diesen schicken Heilbonus hatte sie hier kriegst Drogen noch mehr andere Drogen so jetzt gibt mir eine richtig schöne Kiste was haben wir da Raketen kugelsichere Westen mehr Gewehrmunition und Bandage das klingt doch sehr sehr gut Raketenwerfer Raketen Portable Raketenwerfer Anzahl 5 achso Schaden steht hier bei ne 70 sehr cool wollen wir den Raketenwerfer eventuell Trantin geben